Stellen wir uns vor, da kommt einer und sagt, ich kenne die Vergangenheit besser als ihr, darum sehe ich besser in die Zukunft als ihr. Wir würden denken, ein weltfremder Schöngeist nicht der Diskussion wert. Doch dann erfahren wir, er ist einer der einflussreichsten Historiker der Welt. Und von wegen weltfremd, die Weltwirtschaftselite hing ihm eben hier am World Economic Forum in Davos an den Lippen und fragte ihn nach Lösungen zu sehr aktuellen Problemen dieser Welt. Dann würden wir sagen und tun es auch, Neil Ferguson, herzlich willkommen in der Sternstunde Philosophie. Vielen Dank, Stefan, ein großes Vergnügen hier zu sein bei Ihnen. Auch wenn ich ein bisschen müde bin, alles auf Deutsch zu machen, wenn es okay bei dir ist, bleibe ich auf Englisch. Voll okay, most welcome. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Die globale Wirtschaftselite hat Ihnen zugehört wie einem Guru. Ich habe das selber beobachtet hier. Was sieht ein Historiker, was andere nicht sehen? Sie haben Churchill zitiert, als Sie sagten, je mehr man in die Vergangenheit schaut, desto weiter sieht man in die Zukunft. Ich finde, das stimmt. Und die Kenntnis der Geschichte ist ein Vorteil, wenn man über die Gegenwart und die Zukunft nachdenkt. Oder vielleicht sollte ich sagen, über die Zukünfte in der Mehrzahl. Denn es gibt nicht nur eine Zukunft. Ein Teil dessen, was man lernt beim Studium der Geschichte, ist eben genau die Vielfalt der möglichen Ergebnisse in jedem gegebenen Augenblick. Wir Historiker unterscheiden uns von den Ökonomen oder den Politikwissenschaftlern. Wir haben keine mathematischen Modelle und wir erheben nicht den Anspruch, die Zukunft vorhersagen zu können. Wir haben jedoch Analogien. Wir können sagen, Ereignis A gleicht Ereignis B und vielleicht auch Ereignis C. Oder Staatsmann A gleicht Staatsmann B oder C. Anhand solcher Analogien können wir gewisse Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Ein grosser britischer Geschichtsphilosoph namens Cullingwood sagte, die Historiker studieren die Vergangenheit, um das Denken und die Erfahrungen der Vergangenheit zu rekonstruieren und, indem sie Parallelen zwischen dem Denken der Vergangenheit und dem Unsrigen ziehen, unsere eigene Zeit und die Zukunft besser zu verstehen. Ich finde, das ist genau die Aufgabe der Historiker. Aber kann man sich zurück hineindenken in einen Bauern 1789 bei der Französischen Revolution? Wenn man das Denken der Vergangenheit rekonstruieren kann, von jeder historischen Figur, ob König oder Bauer, dann gewiss. Man kann es immer in Abhängigkeit dessen, was überdauert hat. Die meisten Menschen haben im Lauf der Geschichte freilich kein Zeugnis ihres Lebens hinterlassen. Die Mehrzahl der Menschen, die je auf Erden lebten, ist tot. Die sind viel mehr. Wie viel mehr als wir heute? Sie sind ohne Zahl und zu den meisten von ihnen haben wir keinen Zugang, denn sie haben kein Zeugnis von ihrem Leben hinterlassen. Wir Historiker können nur jene studieren, die in schriftlichen oder sonstigen Zeugnissen weiterleben. Unsere Aufgabe ist es, deren Erfahrungen aus den Spuren, die sie hinterlassen haben, zu rekonstruieren. Diese imaginativen Schritte sind zentral für das, was die Historiker versuchen zu tun. Man kann sehr grosse Sprünge in der Zeit zurückmachen, soweit Zeugnisse vorhanden sind. Das heisst, Sie sehen die Menschheit als ein grosses Experiment und wir sind nicht so verschieden von den Akteuren, früher Jahrtausende sogar? In einer Hinsicht sind wir gleich. Seit Beginn der Geschichte haben wir uns ja nicht dramatisch weiterentwickelt. Aber wir sind doch auch sehr anders. Und was die Geschichte dabei spannend macht, ist, dass wir zeigen können, wie anders das Leben früher war. Selbst in der jüngeren Vergangenheit, etwa im 19. Jahrhundert. Unser Leben ist völlig anders als das unserer Großeltern. Sie haben sich, und mit gutem Grund, vielmehr vor dem Tod gefürchtet. Ihr Leben war vielmehr durch Krankheiten gefährdet. In diesem Sinne gehört es zur Aufgabe der Historiker, zu zeigen, was allgemeingültig ist für die menschliche Existenz. Liebe, Zorn, all die Gefühlslagen, die Tugenden und die Laster. Die Dinge, die sich durch die ganze Literatur ziehen und die wir sogar in Homers Erzählungen finden. Aber die Historiker müssen auch zeigen, wie anders es zu Homers Zeit war, ein Mensch zu sein. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Vergangenheit gewissermassen ein anderer Planet war und dass unsere Vorfahren in einer völlig anderen Welt lebten als wir. Von Ihnen in einem Ihrer Bücher habe ich gelernt, die Akteure der früheren Geschichte waren fast alles junge Männer. Das stimmt. Die Bevölkerung war zu allen Zeiten überwiegend jung, und zwar durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. Wir fallen diesbezüglich ziemlich aus dem Rahmen, weil heute so viele über das Alter von 30 hinaus leben. Man braucht nicht weit zurückzugehen, um in den meisten Gegenden der Welt eine Lebenserwartung von etwa 30 Jahren zu finden. Natürlich wurden zu allen Zeiten auch einige Menschen sehr alt. Darum sind unsere Geschichtsbücher voll von bärtigen Männern. Diejenigen, die 65 Jahre und älter wurden, lebten lange genug, um ihren Ruf als große Denker zu begründen. Doch die meisten Menschen aller Schichten lebten nicht lange, und die meisten großen Errungenschaften wurden von sehr jungen Menschen vollbracht, Männern und Frauen. Freilich muss gesagt werden, vor allem von Männern. Früher spielten die Frauen in den meisten Gesellschaften eine deutlich untergeordnete Rolle, und die meisten historischen Zeugnisse widerspiegeln die Erfahrungen von Männern. So ist die Geschichte zwangsläufig sexistisch hinsichtlich ihrer Figuren, weil die Frauen in historischen Zeugnissen viel weniger vorkommen. Also Geschichte ist eine Methode, bei der man lernt, Zukünfte zu skizzieren, zu vergleichen miteinander. Darum sieht man auch in die Zukunft. Irgendwo in einem Interview haben sie sogar gesagt, ich kann das vielleicht besser als die Politologen, die Soziologen und die Ökonomen. Ich glaube, darum sind die Leute in ihre Veranstaltungen hier in Davos auch geströmt. Aber sie machen das ja mit Leidenschaft, schon seit sehr jung. Und es gibt die grosse Geschichte der Menschheit. Und dann haben wir unsere kleinen Einzelgeschichten. Darf ich Ihre Story, wie Sie Historiker wurden, so zusammenfassen, mangelndes Rugby-Talent und die Liebe zu Friedrich Schiller haben aus Ihnen einen Star-Historiker gemacht. Das ist eine grosse Vereinfachung, muss ich sagen. Ein bisschen, ja. Ich kam 1964 in Glasgow zur Welt und bin in Schottland aufgewachsen. Und ich bin durch und durch Bourgeois. Mein Vater war Arzt und meine Mutter Lehrerin. Sie konnten beide als erste ihrer Familien studieren. Unser Ziel war gesellschaftliche Anerkennung dank Bildung. Die größte Ambition meines Vaters war, dass ich nach Oxford ging. Er hätte auch gern gesehen, wenn ich für Schottland Rugby gespielt hätte. Aber für Rugby hatte ich zu wenig Talent, obwohl ich diesen Sport liebe. Und es kam, dass ich mich für Geschichte begeisterte. Mich interessierten zwar viele Dinge in der Schule, ich liebte auch Mathematik. Doch dann kam mir eine Erleuchtung, ein Augenblick der Wahrheit in einer Bibliothek in Glasgow. Ich musste einen Aufsatz über den 30-jährigen Krieg schreiben. Für das hiesige Publikum wohl ein bekanntes Thema. So ging ich zu jener Bibliothek auf der Suche nach einem Buch, um mich einzulesen. Doch da fanden sich etwa 30 Bücher zum 30-jährigen Krieg. Und eines davon war Friedrich Schillers Geschichte. Ich nahm es und in diesem Augenblick wusste ich, dass ich Historiker werden würde. Ich war so überwältigt, dass es so viele Bücher über dieses eine Ereignis gab. Es war anders als, sagen wir, die Stücke von Shakespeare zu studieren. Da gibt es nur einen Heinrich V. Und hier gab es so viele Bücher über diesen 30-jährigen Krieg, die bis auf die Zeit von Schiller zurückreichten. Also Sie haben erkannt, die Geschichte, wie sie passiert ist, kann man mit ganz verschiedenen Brillen ansehen. Das hat Sie fasziniert. Aber gibt es dann eine richtige Version? Also kann man Wahrheit erkennen als Historiker? Ich glaube, wir sollten uns nicht darauf versteifen. Historiker versuchen unter anderem, wie Leopold Ranke sagte, die Geschichte der Vergangenheit so zu erzählen. Und das kann man wohl auf Englisch übersetzen mit ... Wir können die Vergangenheit nicht lückenlos rekonstruieren. Nicht einmal das Gestern können wir in unserem eigenen Leben ganz rekonstruieren, weil wir viele Details schon vergessen haben. Das scheint mir zentral zu sein für die menschliche Existenz. Wir behalten nicht jede Sekunde unseres Lebens im Kopf wie auf einer Festplatte. Der Historiker bemüht sich daher um die essenzielle Wahrheit über die Vergangenheit anhand der erhalten gebliebenen Zeugnisse. Es gibt jedoch ein Ziel, und das ist ganz gewiss mein Ziel, wenn ich ein Geschichtsbuch schreibe, nämlich so nahe wie möglich heranzukommen, um meinen Lesern die Erfahrung der Geschichte bieten zu können. Es wird nie vollkommen sein, das ist unmöglich. Stellen Sie sich eine vollkommene Biografie vor. Sie wäre so lang wie das Leben des Porträtierten selbst. Ja, aber Voltaire hätte Ihnen wahrscheinlich widersprochen mit seinem Satz, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Voltaire war ein witziger Mensch und bekannt für seine flotten Sprüche. Doch ich finde, dass man der Geschichtsdisziplin Gewalt antut, wenn man sie nur aus einem Haufen Lügen abtut. Lügen können ein unterhaltsames Element in der Geschichtsschreibung sein, wenn man zum Beispiel aus Biografien berühmter Männer Lügen herauspflücken kann. Da wimmelt es meist von Lügen. Und es ist faszinierend, anhand weiterer Dokumente solche Lügengebilde zu zerzausen. Bei historischen Aufzeichnungen hat man ja oft die Möglichkeit, Quervergleiche zu machen. Man kann, besonders als moderner Historiker wie ich, Beweise aus verschiedenen Quellen finden. Es gibt meistens mehrere Zeugen eines bestimmten Ereignisses. Es gibt einander widersprechende Aussagen. Und in dieser Hinsicht arbeitet man ein wenig wie ein Anwalt, indem man aus verschiedenen Beweisstücken etwas zusammensetzt, das der Wahrheit nahe kommt. Ich fürchte also, dass ich Voltaire nicht zustimmen kann. Die Geschichte ist besser als das. Liegt die Leidenschaft und die Freude und Befriedigung, die man in diesem Beruf finden kann, auch darin, wie ein Kommissar zu den Quellen zu gehen, in die Bibliotheken? Machen Sie das noch selber oder schicken Sie je 100 Studenten aus? Nein, ich schicke nicht hunderte von Studenten in die Archive. Ich habe einen Forschungsassistenten, der mir beim Material sammeln hilft. Zwischen Lehrtätigkeit und Interviews mit Gentlemen wie Ihnen bin ich beschäftigt. Das Sammeln von Material in Archiven muss ich ja nicht unbedingt selbst machen, wenn ich auch anders ans Material komme. Aus der grossen Menge an Dokumenten versuche ich, eine Geschichte zusammenzufügen. Es ist eine außerordentlich befriedigende Arbeit. Ich muss es wohl aus Liebe tun. Aber ich glaube nicht, dass es genau dasselbe ist wie ein Gerichtsverfahren. Anders als in einem Prozess stellte Historiker Menschen nicht in den Zeugenstand. Und er will sie auch nicht wie einen Anwalt anklagen oder verteidigen. Der Historiker versucht zu verstehen. Und diese Idee des Verstehens, welche dem deutschen Historismus zugrunde liegt, ist unser eigentliches Anliegen. Die Leute können sich aber auch nicht mehr wehren, wenn sie sagen, Napoleon wollte dies, Alexander der Haus. Er wollte das. Er hat keine Gegenrede mehr. Macht es das nicht ein bisschen einfach für den Historiker? Kann er nicht sagen, was er will? Nein, der Historiker ist in seinem Tun sehr eingeschränkt, im Gegensatz zum Romercier. Er kann nicht einfach behaupten, dass jemand etwas gesagt hat. Das ist eine strenge Regel, an die ich gebunden bin. Wenn man Geschichte schreibt, hat man so hübsche Konstruktionen zu vermeiden wie, es muss wohl so und so gewesen sein oder er muss wohl gefühlt haben oder sie muss wohl gedacht haben. Das dürfen wir nicht sagen, denn wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist Worte zu zitieren, die aufgezeichnet wurden, nachdem oder bald nachdem sie jemand gesagt hatte. Auch Tagebücher sind eine gute Quelle, Briefe. Im Zeitalter der Presse finden wir relativ gute Aufzeichnungen dessen, was Menschen gesagt haben. Aber erfinden darf man nichts. Das ist eine wichtige Regel. Also ich staune, dass der Harvard-Professor Ferguson nur einen Assistenten ausschickt, aber der Chef kocht hier halt selber. Das kann ich wiederum verstehen. Ich möchte betonen, dass es letztlich eine einsame Beschäftigung ist. Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler inmitten grosser Teams im Labor. Sie haben nicht Scharen von Forschungsassistenten, wie einige meiner Harvard-Kollegen in anderen Fakultäten. Wir sind in gewisser Weise Handwerker. Und ich kann mir nicht vorstellen, als Historiker ein Atelier zu haben. Mein Laden ist sehr klein und mein Assistent und ich arbeiten seit über zehn Jahren sehr eng zusammen. Gelegentlich habe ich Studenten, die mir dies und das zusammentragen, auch damit sie die Praxis kennenlernen. Aber im Wesentlichen ist es eine Sache zwischen mir und den Quellen. Und wenn Sie sagen, by the way, I'm pretty busy, dann kann ich dem Publikum bestätigen, dass er sehr ein gefragter Mann ist. Schwierig zu greifen, auch für eine Stunde. Aber uns freut das enorm, wie gesagt, dass das gelungen ist, weil Sie sind gefragt auf der ganzen Welt, quasi auch als Berater. Und irgendwo habe ich gelesen, Sie scheuen sich auch nicht davor zu sagen, aus meinem Beruf, Geschichte mache ich ein Geschäft. Und Sie haben geschrieben, das hätten Sie gelernt, dass das okay und gut ist von der Rothschild-Bankerfamilie, als Sie über die Rothschilds geforscht haben. Nun, ich bin gewiss kein Rothschild, obschon ich eine Geschichte der Rothschild-Familie und ihrer Banken geschrieben habe. Ich habe mich immer für Wirtschaftsgeschichte interessiert, insbesondere für die Geschichte des Finanzwesens, der Banken und Finanzinstitute. Als ich an einem anderen Projekt arbeitete, der Biografie von Sigmund Warburg, erstaunte mich, dass er als sogenannter Handelsbankier auch ein gefragter Berater war. Er war nicht in großem Stil in Transaktionen involviert. Seine Bank war eher klein, gemessen an den Geschäftszahlen, vergleichbar mit mancher Schweizer Privatbank. Warburg war hauptsächlich als Berater von Unternehmungen und Regierungen tätig. Und als ich dieses Buch schrieb, kam mir der Gedanke, dass es eigentlich nicht schaden würde, wenn ich selbst ein wenig in die Beratung einsteigen würde. Denn mit den Erkenntnissen aus der Geschichte, die ich in 25, 30 Jahren gesammelt hatte, kann ich zu vielen Themen die ein oder andere Sichtweise und Idee einbringen. Eine der grossen Herausforderungen für jeden Entscheidungsträger ist heute, dass es diese definierten Speicher gibt. Den Speicher angeschrieben mit Wirtschaft und den Speicher angeschrieben mit nationaler Sicherheit oder mit Aussenpolitik. Das sind sehr unterschiedliche Disziplinen. Die einen wissen viel zu dieser, die anderen viel zur anderen Disziplin. Der Historiker aber ist in der Lage, beides zusammenzusehen. Ich betrachte wirtschaftliche und politische Angelegenheiten im Zusammenhang. Denn sie sind in der Tat untrennbar. Die Ereignisse der letzten sieben Jahre mit der Finanzkrise sind kaum zu verstehen, wenn man nichts von Wirtschaft versteht. So oft war es die Politik, die dominierte, besonders in der Krise der Eurozone. So habe ich in den vergangenen vier Jahren im Privatsektor eine Beratungstätigkeit entwickelt, mit Hilfe von Erkenntnissen aus der Geschichte. Das läuft ganz gut. Und darum wollte das Weltwirtschaftsforum hier sie auch in Davos haben, um zu den Wirtschaftskapitänen dieser Welt zu sprechen. Und ein grosses Thema in diesem Jahr, das die Politik überschattet in Europa, ist die Flüchtlingskrise. Aus der Perspektive eines Historikers könnte man nicht sagen, so what? Flüchtlingskrise? Das hat es schon gegeben. Menschen sind auch früher in grossen Massen herumgezogen. Das muss uns nicht besonders aufregen. Als diese Krise die Medien zu beherrschen begann, dachte ich als erstes an andere Flüchtlingskrisen, an andere Perioden der Verschiebung grosser Bevölkerungsteile in der europäischen Geschichte. Allein in der deutschen Geschichte gab es manche große Migrationsbewegung, sogar in den vergangenen 100 Jahren. Ein großer Migrationsschub entstand nach dem Fall der Berliner Mauer, als Ostdeutsch nach Westdeutschland zogen. Das ist noch in frischer Erinnerung. Etwas früher gab es eine große Einwanderung nach Deutschland, vor allem aus der Türkei, die Gastarbeiter. Noch früher, am Ende des Zweiten Weltkriegs, geschah eine große Umsiedlung von ethnischen Deutschen aus Osteuropa nach Deutschland. Bis zur grossen, berühmten Völkerwanderung, als Europa ganz sich umgestaltet hat. Es gab riesige Völkerwanderungen im Laufe der Geschichte. Und genauso in prähistorischer Zeit, vor der geschriebenen Geschichte. Da gab es besonders grosse Bewegungen, die für die Gestaltung unserer Welt von entscheidender Bedeutung waren. Es ist also nicht so, dass die heutige Migration neu wäre. Aufgabe des Historikers ist es zu fragen, ob sie vergleichsweise groß oder klein sei. In der Tat ist es eine kleine Wanderbewegung, verglichen mit derjenigen innerhalb des Nahen Ostens. In der Türkei leben viel mehr Flüchtlinge als in Deutschland. Wenn man sich aber fragt, was das im Kontext der modernen europäischen Geschichte bedeutet, stehen einige Dinge hervor. Das erste ist ein grosses Integrationsproblem für Migranten, besonders für Asylsuchende auf dem Menschen mit einer Frau verheiratet, die geflüchtet ist. Meine Frau Ayan Hirsi Ali ersuchte in den Niederlanden um Asyl. Sie stammt aus Somalia. Ich verfüge also über einige Kenntnisse in dieser Geschichte. Und zusammen mit dir gehören Sie zu den Leuten, die sehr klar warnen, dass man ein kritisches Auge werfen muss auf alles, was mit radikalem Islam zu tun hat. Das ist der zweite Punkt. Der erste war, schon bevor diese neueste Migrationswelle entstand, tat sich das nördliche Europa bei der Integration von Asylsuchenden in Wirtschaft und Gesellschaft schwer. Der zweite Punkt ist, dass so viele Asylsuchende aus islamischen Ländern kamen und einen kulturellen Konflikt auslösten. Vielleicht sagen Sie zwei, drei Sätze. Ihre Frau ist bekannt und in den News auch oft gewesen, damals, als sie Politik gemacht hat in Europa, jetzt sind sie beide in Amerika. Zwei, drei Sätze über das Schicksal, das sie zusammengebracht hat. Meine Frau ist eine aussergewöhnliche Person und so schön wie brillant und mutig. Sie gehörte der kleinen Zahl von Flüchtlingen aus der früheren Periode, deren Flucht in den Westen zu einer Erfolgsgeschichte wurde. Sie sprach anfangs kein Holländisch, schrubbte Fabrikböden. Sie schaffte es an die Universität von Leiden, einer der größten Europas, und promovierte in Politologie. Sie ging in die Politik, wurde ins holländische Parlament gewählt. Nicht viele der Neuankömmlinge jener Zeit können einen vergleichbaren Erfolg aufweisen. Doch in dem Augenblick, als Ayaan Hirsi Ali begann, sich öffentlich gegen den radikalen Islam zu stellen, im Zusammenhang mit dem 11. September und sozialen Problemen, die in den Niederlanden zu Beginn der großen Migrationsbewegung herrschten, wurde sie heftig angegriffen und erhielt Morddrohungen von Islamisten. Ihr Kollege, der Filmemacher Theo van Gogh, wurde in Amsterdam auf offener Straße ermordet von einem Dschihadisten, der ihr drohte, als Nächste dranzukommen. Das hat ihr Leben tiefgreifend verändert. In der Zwischenzeit haben sich Ayaans Vorhersagen längst bewahrheitet. Ihre beharrliche Mahnung, bei den Problemen mit dem gewaltsamen Extremismus die Rolle des Islam nicht zu ignorieren, hat allmählich an Boden gewonnen und wird nicht mehr einfach bestritten. Das Mantra, der Islam sei eine Religion des Friedens, hört man immer seltener. Denn im Zeitalter des islamischen Staates wird es immer schwieriger, dies mit gutem Gewissen zu behaupten. Ich finde, das ist eine unerhört wichtige Geschichte und sie wird personifiziert durch Ayaans Lebensgeschichte. Ich würde übrigens denken, dass ja immer ein Historiker waren, der kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und wenn wir diese Sendung, unser Gespräch ein bisschen unter den Titel stellen, der Westen am Abgrund, sind sie einer, der davor gewarnt hat und sagt, der Westen ist ein gutes Modell, er sollte nicht über den Abgrund hinausgehen. Also da waren sie immer schon entschieden für die westlichen Werte. Hat diese Begegnung, dann die grosse Liebe, die Heirat mit ihrer Frau, Hirsi Ali, ihre Sicht noch radikalisiert? Ich glaube nicht, dass dies mit Radikalisierung zu tun hat, vielmehr mit Erkenntnis. Wenn man, wie ich, in eine freie Gesellschaft hineingeboren wurde und aufwuchs mit den Regeln des Gesetzes, mit Freiheit, mit der Gleichwertigkeit der Geschlechter, wenn man aufwuchs in der Gewissheit, dass man sagen, schreiben und denken kann, was man will und sich treffen kann, mit wem man will. Wenn man in dieser Gewissheit aufgewachsen ist, ist es sehr leicht, dies alles als gegeben anzusehen. Ich habe vor dem Ende des Kalten Krieges gesehen, wie eine unfreie Gesellschaft aussieht, als ich eine Zeit lang in Ostdeutschland und der Sowjetunion lebte. Da bekam ich eine Ahnung, was Freiheit bedeutet. In Somalia in den späten 60er Jahren als Mädchen geboren zu werden und in einer muslimischen Familie aufzuwachsen, das bedeutete Unfreiheit zu erfahren in einem Ausmaß, das ich mir nicht leicht vorstellen konnte. In diesem Sinne haben mich Ajans Entdeckung der Freiheit im Westen, ihre Hochachtung vor den Werten der Aufklärung in meiner Auffassung bestätigt, dass dies die wichtigsten Errungenschaften der westlichen Zivilisation sind. Wir müssen sie hegen und pflegen und nicht erlauben, dass sie in Folge eines gutgläubigen Relativismus preisgegeben werden. Das ist auch die Kernaussage in meinem Buch Civilization. Die westliche Kultur war sehr erfolgreich. Etwa ab 1500, über das genaue Datum lässt sich streiten, war es der Westen, das heißt Europa und Länder, wo sich Europäer niederließen, wo die Menschen reicher, gesünder und kulturell, politisch und militärisch dominant wurden. Wir haben die Geschichte gemacht. Ich springe gerne unbedingt mit Ihnen in die Vergangenheit zurück. Nur noch eine Frage zur Gegenwart. Es gibt natürlich viele, die sagen, unter den Muslimen ist es nur eine kleine radikale Minderheit, die diesen gewalttätigen Ideen anhängt. Und vor ein paar Wochen hatte ich in dieser Sendung als Gast Joschka Fischer, den früheren deutschen Außenminister, und er hat gesagt, es wäre eben richtig, wenn Europa die Muslime kommen lässt, damit sie hier einen aufgeklärten Islam entwickeln können. Wo sonst, sagt er, geht nirgends sonst. Europa wäre der Ort, wo der Islam seine Aufklärung durchlaufen könnte. Nun gut, er hofft. Und dies wäre ja auch die wünschbarste Entwicklung. Das jüngste Buch meiner Frau, Heretic, Reformiert euch, ist ein Aufruf zu einer islamischen Reformation, die zu einer islamischen Aufklärung führen sollte. Sie argumentiert, dass Christentum und Judentum diesen Prozess durchlaufen, dass sie die Trennung von Kirche und Staat vollzogen und ein Maß an Toleranz errungen haben, dass es dem Einzelnen auch möglich macht, auszutreten, ohne mit dem Tode bestraft zu werden. Aus dem Islam auszutreten, bedeutet auch heute noch, die Todesstrafe zu gewärtigen. Das ist nicht etwa der Standpunkt einer Minderheit. In den meisten islamischen Ländern ist das die Haltung von etwa 80 Prozent der Muslime. Zu glauben, dass es sich nur um eine kleine Minderheit handele... Aber in einem Land wie der Türkei wird es in keiner Weise praktiziert dann. Darum geht es gar nicht. Wenn die Menschen glauben, dass die Strafe für den Abfall vom Glauben der Tod sein sollte, muss ja nicht eine Mehrheit auch nach diesem Glauben handeln. Aber es gibt die vielleicht schweigende Zustimmung einer großen Mehrheit. Es mag eine winzige Minderheit sein, die Gewalt anwendet. Wenn aber eine große Mehrheit diese Gewalt billigt, weil ihr in den Moscheen und islamischen Zentren gelehrt wurde, dass die Todesstrafe für Abgefallene richtig sei, dann ist das Problem viel größer, als dass es mit unseren Konventionen vereinbar wäre. Meine Frau unterscheidet da viel besser. Es gibt eine kleine Minderheit, die so radikalisiert ist, dass sie zur Anwendung von Gewalt bereit ist. Und dann gibt es eine große Mehrheit in der Mitte, die will, dass der Islam eine Religion sei, die aber von der Unsicherheit geplagt ist, ob die extreme Minderheit nicht doch im Recht sei. Am anderen Rande gibt es eine kleine Minderheit, die den Islam reformieren will. Den Islam reformieren zu wollen, ist gefährlich. Ich habe heute am WEF mit einem Muslim gesprochen, der mir gestand, dass sie in seine wirklich nur ansatzweise abweichenden Ansichten in seinem Land der Gefahr von Attacken aussetzen würden. Unser größtes Problem im Westen ist, dass wir die reformerischen Kräfte nicht unterstützen. Wir tun so, als ob diese große Mehrheit der Gemäßigten, mit denen wir zurechtkommen, kein Problem seien. Oft tappen westliche Staatsmänner, unter anderem der Präsident der USA, in die Falle von Organisationen ähnlich der Muslimbrüderschaft, die behaupten, für eine gemäßigte Mehrheit zu sprechen, tatsächlich aber große Sympathien für die Extremisten hegen. Wir nehmen die Reformer nicht zur Kenntnis. Wir schützen sie nicht und ermutigen sie nicht. Es ist wie im Kalten Krieg, als wir die Dissidenten im Ostblock einfach ignorierten. Wir haben Vaclav Havel ignoriert, Balesa, Solzhenitsin. Es gibt heute im Islam ähnliche Persönlichkeiten, die nach Reformen rufen. Ihnen droht der Tod. In Bangladesch werden sie gehängt. Und was tun wir? Wir tun praktisch nichts, um ihnen zu helfen. Und Sie sagen, das sind die Leute, diese Minorität der Reformer, mit denen der Westen zusammen spannen müsste. Und jetzt springen wir herzhaft 500, 600 Jahre zurück, weil in Ihrem Buch »The West and the Rest«, »Der Westen und der Rest der Welt« auf Deutsch, beschreiben Sie diese unwahrscheinliche Entwicklung im Experiment der Menschheitsgeschichte, dass dieser damals ziemlich bescheidene, düstere europäische Kontinent mit seinen kleinen Staaten und Königreichen das Erfolgsmodell wurde der Weltgeschichte. Und Sie möchten, dass er das bleibt. Springen wir zurück? Ich weiss nicht mehr genau, wo im Buch. Aber irgendwo sagen Sie, wenn wir 1411 hinreisen könnten und Europa und Asien vergleichen würden, was würden wir sehen, 1411. Wohin sollen wir springen? Wären Sie etwa um 1411 auf eine Weltreise gegangen, wären Sie viel mehr beeindruckt gewesen von den grossen Städten Ost- oder Südasiens als von den kleinen Städten Europas. Selbst die grösste europäische Stadt London oder vielleicht Paris war viel kleiner als etwa Nanjing, die damalige Hauptstadt der Ming-Dynastie. Damals, im frühen 15. Jahrhundert, war der Osten dank einer Vielzahl von technischen und sanitären Massnahmen dem Westen überlegen. Wir stellen aber fest, dass sich nach dem 15. Jahrhundert das Gleichgewicht veränderte. Wir müssen einräumen, der Westen war nicht immer dominant und der Stand der Zivilisation im Mittelalter eher bescheiden. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Das muss erklärt werden. Und Sie haben die Formel eigentlich gefunden, wie der Westen sich abgedatet hat. Und Sie beschreiben das auch mit sehr schönen, modernen Metaphern. Ich glaube, sechs Killer-Applikationen hat er entwickelt. Wie ging das los? Es mag eine etwas frivole Formel sein, aber ich versuchte das damals nicht nur meinen Studenten zu erklären, sondern auch meinen Kindern im Teenager-Alter. Das ist eine gewichtige Frage. Warum stieg der Westen praktisch aus dem Nichts zu dieser Dominanz zur Mitte des 20. Jahrhunderts auf, als westliche Imperien die ganze Welt beherrschten? Die Antwort lässt sich, glaube ich, am besten in sechs Ideen und Institutionen zusammenfassen. Um das meinen Teenagern verständlich zu machen, sagte ich, stellt euch vor, ihr nehmt euer Smartphone zur Hand und schaut euch die Killer-Apps an. Es ist ein wenig wie mit den Apps. Die sehen einfach aus, doch bei näherem Hinsehen entpuppen sie sich als recht kompliziert. Nicht viele von uns kennen den Programmiercode, der eine App auf dem Smartphone zum Laufen bringt. Die sechs Dinge, die auf dem westlichen Handy standen, hießen erstens Wettbewerb. Wirtschaftlicher und politischer Wettbewerb war legitim. Warum bei uns im Westen? Wahrscheinlich zum Teil, weil der Westen nach dem Zerfall des Römischen Reiches politisch zersplittert war. Im Osten war das nicht der Fall, sicher nicht in China. Das bedeutet, dass es de facto eine Konkurrenz zwischen vielen Staaten gab, auch zwischen sehr kleinen. Und innerhalb dieser Staaten waren die Monarchen ziemlich schwach. Es ist gut, in der Schweiz darüber zu sprechen, denn die Schweiz ist ein gutes Beispiel für die relative Schwäche des Zentralstaates. Sie sagen es, wenn das nur auch für viele andere Länder zutreffe. Doch im Mittelalter waren die meisten Könige schwach und es gab Körperschaften, die Autonomie genossen etwa im Bereich des Handels oder die Kirche im Bereich der Religion und so weiter. Das heißt, es gab keinen allumfassenden Herrscher wie etwa in China, der wie im 15. Jahrhundert geschehen sagen konnte, keine Seereisen mehr, keine Flotte mehr. Das konnte ein Kaiser der Ming-Dynastie sagen. Nie in der europäischen Geschichte konnte ein Kaiser, nicht einmal Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht, den Überseehandel verbieten. Europa ist also zu Beginn mit einem scheinbaren Nachteil behaftet. Es ist zersplittert, die Könige sind schwach. Es gibt zwar immer kleine Gebilde wie die Stadt London, die niemand kontrollieren kann, doch das stellt sich als riesiger Vorteil heraus, denn das bedeutet, dass Wettbewerb legitim wird und durch Wettbewerb entsteht Innovation, wirtschaftlich wie politisch. Wettbewerb, Killer App Nummer eins. Das ist die Killer App Nummer eins, wie Sie sagen. Es gilt auch die Bedeutung der wissenschaftlichen Revolution zu betonen. Das ist etwas völlig Neues. Der Wandel in der menschlichen Wahrnehmung der Natur. Das geschah nirgendwo sonst als im Westen und veränderte unseren Begriff von allem um uns herum. Und es verstärkte unsere Fähigkeit, die natürliche Welt zu manipulieren und zu verändern. Killer App Nummer zwei ist sehr einfach. Wissenschaft. Die Tatsache, dass dies im Osmanischen Reich nicht geschah, das uns doch viel näher lag als das chinesische Reich, ist eigentlich überraschend, denn die Ideen der wissenschaftlichen Revolution gingen durch ganz Europa. Und man sagt doch, die Chinesen hätten wissenschaftliche Dinge, Schiesspulver, schon sehr früh beherrschten Jahrhunderte früher. Sie hatten diese Technik, aber sie kannten nicht die Gesetze der Physik. Sie hatten keinen Newton. Sie kamen nicht über die simple Technik des Schiesspulvers hinaus, um zu verstehen, was geschieht, wenn man ein Projektil aus einer Kanone schießt, zu berechnen, wo eine Granate hinfliegt, wenn man sie aus einem Rohr abfeuert. Dafür braucht es Physik, Newton. Und das ist fundamental. Es ist eine Killer App, wenn ihre Artillerie trifft und jeder andere nicht. In diesem Sinne war die Physik eine Killer App. Aber die Chinesen in ihren Köpfen waren ja nicht dümmer. War es kein Kontext, wo sich kluge Köpfe dann entfalten können und ein chinesischer Newton das Gleiche hätte herausfinden können? Es gibt eine Menge Unterschiede, die helfen zu erklären, warum die wissenschaftliche Revolution da stattfand, wo sie stattfand. Bestimmt ist es kein biologischer. Die Gehirne sind gleich groß, die Fähigkeiten sind die gleichen. Mein Buch ist ein massiver Angriff auf rassische oder kulturelle Erklärungsversuche historischer Veränderungen. Es geht um Ideen und Institutionen. Die Institution mit den wohl größten Auswirkungen war eine Folge der Reformation in Europa, nämlich die hohe Alphabetisierungsrate. Wenn man selber die Bibel lesen kann, und das forderten Luther und andere Reformatoren, dann kann man alles lesen. Der Bildungsgrad steigt dramatisch an mit der Ausbreitung der Reformation in den protestantischen Ländern. Irgendwo haben Sie gesagt, die Verbreitung des reformierten protestantischen Glaubens von Luther sei ein Netzphänomen gewesen wie heute. Also wir seien gar nicht so anders. Die Reformation war das Internet der damaligen Zeit. Ja, gewiss hatte die Druckerpresse diese revolutionäre Wirkung. Und sie ermöglichte Luther, seine Botschaft mit unglaublicher Geschwindigkeit über Mitteleuropa zu verbreiten. Kein früherer Heretiker hatte das. Und ohne Druckerpresse wäre Luther wohl irgendwann auf dem Scheiterhaufen gelandet. Das ist entscheidend. Und es führte auch zu einer Art Dominoeffekt. Denn das Netzwerk ermöglicht eine wissenschaftliche Revolution. Jeder, der an der natürlichen Welt interessiert ist, kann seinem Fachkollegen schreiben und ihr Aufzeichnungen vergleichen. Und dann kommt die Aufklärung. Eine weitere Revolution der Ideen, vor allem in der Philosophie. Sie vollzieht sich wiederum über Netzwerke. Denn alle denken, schreiben über mathematische Probleme, über philosophische Fragen. Da sitzen Schotten in Edinburgh und versuchen die Grundfragen des Seins zu beantworten. Und sie tauschen sich aus mit einem Mann in Königsberg namens Immanuel Kant. So geschieht eine lange Reihe von intellektuellen Revolutionen, die alle aus einem westlichen Netzwerker vorgehen. Und außerdem, sobald sich auf der anderen Seite des Atlantiks eine bedeutende Zahl Menschen angesiedelt hat, Benjamin Franklin fällt mir dabei ein, kann das Netzwerk auch den Atlantik überspringen. In diesem Sinne wird es nicht nur zu einem europäischen, sondern zu einem klar westlichen Phänomen. Andere Weltgegenden kommen in diesem Netzwerk erst vor, wenn sich ausreichend viele Europäer dort niederlassen. Und dann eben, sagen Sie die Institutionen. Der Rechtsstaat letztlich, der das Eigentum garantiert, das natürlich von Philosophen wie John Locke und anderen gefordert wird, das ist bis heute der grosse Unterschied. Rechtsstaatlichkeit, Garantie von Eigentum, das war auch eine absolut matschentscheidende Kill-up. Ja, ich denke schon. Natürlich gibt es die verschiedensten Formen von Rechtsstaat. Es gibt auch den Staat auf Basis des Rechts der Scharia. Doch das ist die falsche Art von Gesetz als Basis für eine Gesellschaft, die nach Fortschritt strebt. Ein Grundgesetz, das auf dem Recht auf Besitz basiert, ist der Schlüssel. Wenn man den Menschen das Recht auf Privateigentum gibt, gibt man auch Anreize zu jeder Art von gutem Verhalten, zum Beispiel den Anreiz zur Häufung von Kapital. Der gesetzliche Schutz von Eigentum, zusammen mit integren Richtern und unparteiischen Gerichten, das war entscheidend. Das ist meine dritte Killer-App. Die vierte ist ganz einfach. Medizin. Der gewaltige Durchbruch der medizinischen Wissenschaften erfolgte freilich viel später, im 19. Jahrhundert. Er brachte aber auf einmal eine Verdoppelung der Lebenserwartung. Es gab eine Zeit, da hatten nur westliche Menschen eine Lebenserwartung von über 50 oder 60 Jahren. Für alle anderen galt die Hälfte. Das ist das Ergebnis einer markanten medizinischen Revolution. Bleiben noch zwei weitere Killer-Apps. Übrigens, es braucht sie alle, es genügt nicht nur einer allein. Es braucht auch die Konsumgesellschaft. Die industrielle Revolution ist nutzlos ohne die Konsumgesellschaft. Denn die industrielle Revolution bedeutet Massenproduktion von Kleidern zu immer tieferen Preisen. Doch wenn die Menschen nicht viele Kleider wollen, macht es keinen Sinn. Da wird es ja wirtschaftsphilosophisch ganz interessant. Weil ich glaube, viele folgen ihnen bei den ersten vier Apps hier. Und dann kommen wir aber zu den Helden in Schottland, die ganz kluge Dinge herausgefordert haben, also ihre intellektuellen Helden. Wenn es schon Competition gibt, sagt Adam Smith, der Vater des liberalen Wirtschaftswesens, dann soll man das spielen lassen. Und die unsichtbare Hand schaut dafür, dass das im Interesse der Gesellschaft ist. Das hat die Consumers, die Leute, die das kaufen können, die Arbeiter, die Löhne haben. Da folgen ihnen jetzt nicht mehr alle. Weil sie sagen, Marx hat gezeigt und sie denken, das gilt bis heute. Es ist eben nicht so, dass alle die gleichen Chancen haben im Feld der Wirtschaft. Der Arbeiter ist abhängig vom Besitzer der Produktionsmittel. Und viele würden ihnen sogar sagen, okay, schön und gut, Competition, Wettbewerb am Anfang. Daraus ist ein Raubtier-Kapitalismus geworden, wo ein paar ganz reich werden und viele immer ärmer und der Gap, die Schere, wird immer grösser. So toll ist der Kapitalismus dann doch nicht. Es gibt ein grosses Problem mit dem Argument, das sie soeben vorgebracht haben. Aber bevor wir weitergehen, lohnt es sich anzumerken, dass auch die Idee von Marx eine westliche Idee ist. Sie kam ihm zuerst im Rheinland und dann in London, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Eine Ironie der Geschichte ist, dass es da ein Disput zwischen mehreren westlichen Ideen gab. Die liberale Idee der Marktwirtschaft von Adam Smith gegen die Forderung von Marx nach Kontrolle der Produktionsmittel und damit Verhinderung des privaten Eigentums, weil dieses immer grössere Ungleichheit führte. Warum war dies falsch? Weil schon bald, nachdem Marx das Kapital geschrieben hatte, sich de facto die Ungleichheit verminderte. Die Löhne stiegen, und zwar am schnellsten in den Industrieländern wie Großbritannien. Sehr schnell auch in den USA, als dort die Industrialisierung einsetzte. Und ob schon einzelne grosse Vermögen machten, stieg der Lebensstandard der Arbeiterklasse. Und da liegt das Problem, denn Marx hatte vorausgesagt, dass er sinken würde. Okay, das ist unbestreitbar. Die Fakten sprechen für Sie. Könnte es nicht sein, dass das wieder dreht? Man hat hier viel am Forum von der vierten industriellen Revolution gesprochen, wo die Roboter kommen. Dann haben wir vielleicht keine Arbeit mehr. Und vielleicht ist das Problem der Verarmung der arbeitenden Klasse dann zurück. Das werden wir ja sehen. Das wurde auch vorhergesagt im 19. Jahrhundert, als die Textilproduktion mechanisiert und die Handweber arbeitslos wurden. Es würde eine Katastrophe geben, hieß es. Aber es wurden viel mehr Arbeitsplätze geschaffen, dank dieser Innovationen. Ich glaube, es ist zu früh, den Schluss zu ziehen, dass die Roboter uns alle arbeitslos machen werden. Diese Kassandra-Rufe haben wir auch früher schon gehört. Und sie waren falsch. Vergessen wir nicht, während wir hier sprechen, vermindert sich die Ungleichheit in der Welt. Trotz allem, was Thomas Piketty und andere prophezeien. Der weltweite Trend zeigt eine Abnahme der Ungleichheit, weil immer mehr Menschen der Armut auf dem Land entfliehen und eine Lohnarbeit annehmen. Marks These kann kein Comeback feiern, solange das so ist. Rufen Sie mich an, wenn die globale Ungleichheit steigt. Ich werde darauf zurückkommen. Ich glaube, Oxfam, die Organisation, wird Sie vielleicht bald anrufen. Die haben vor zwei, drei Tagen doch Zahlen publiziert, die das so... Das wollten wir nicht in einer Philosophie-Sendung hier statistisch ausdiskutieren. Ich verstehe natürlich... Die Statistik ist irreführend. Sie müssen zugeben, wenn Sie vor 30 Jahren entsprechende Berechnungen gemacht hätten, wäre es schlimmer gewesen. Und wenn Sie heute die Liste der Reichen ansehen, sind es zu einem beträchtlichen Teil keine Leute aus dem Westen. Eine ansehnliche Zahl in dieser winzigen Elite von Kapitalisten sind Chinesen. Tatsächlich gibt es in der freien Wettbewerbsgesellschaft, die im Westen entstanden ist, eine gewisse Ungleichheit. Denn die Menschen sind leider nicht gleich geschaffen worden. Sie wurden vielmehr geschaffen mit einer sehr ungleichen Verteilung der Eigenschaften. Den Menschen auf der einen Seite der Verteilung geht es tendenziell ungleich viel besser, weil sie ungleich viel schlauer sind als der Durchschnitt. Und sie werden dafür sorgen, dass auch ihre Kinder über dem Durchschnitt liegen. Wir müssen einfach zugeben, dass eine gewisse Ungleichheit zum Wesen einer freien Gesellschaft gehört. Marx hat darauf bestanden, dass die Ungleichheit immer schlimmer werde, bis zum Zusammenbruch der ganzen Gesellschaft in einer revolutionären Krise. Er lag falsch. Das traf höchstens in einer völlig zurückgebliebenen Gesellschaft zu wie Russland und später China, wo die Industrialisierung nicht weit fortgeschritten war. Um mit Marx abzuschliessen, ein westliches Gehirn, da haben Sie voll recht, kann man in einem Satz sagen, er hat die Geschichte verändert? Ja, ganz gewiss. Seine Idee ist so potent vom späten 19. bis ins 20. Jahrhundert wie, glaube ich, der radikale Islam in unserer Zeit sein wird. Eine Idee, das ist auch der Inhalt meines Buches, kann die Welt verändern, wenn sie sich wie ein Virus verbreitet. Das bringt mich zum letzten Thema, das ich mit Ihnen hier besprechen möchte und kann in der Zeit, die wir haben, machen die Individuen Geschichte. Und Marx wäre jetzt ein Beispiel mit seinen Ideen. Und man kann sagen, Sie haben viel von Ihrer grossen Energie als Historiker in den letzten zehn Jahren diesem Mann hier gewidmet, Henry Kissinger. Für viele der Inbegriff des politischen Realismus, alle andere sagen Zynismus. Und Richard Nixon hat ja diese Politik gemacht, die sich nicht kümmerte um die Folgen. Eine unmoralische Politik. Er wurde angeklagt von seinen Kritikern. Es gibt Leute, die sagen, ein Völkermörder. Nein. Sie haben viele Jahre investiert, um ihn zu verstehen. Der erste Band ist draußen. Ich fand witzig, als ich erst, nachdem ich es gelesen hatte, gesehen habe, Ihr erster Titelentwurf war der amerikanische Machiavelli. Zuerst haben Sie ihn auch für einen Machiavelli, einen Zyniker gehalten. Das war noch vor meinen Recherchen, als ich mir überlegte, wie ich das Thema angehen sollte. Die meisten Menschen denken, Kissinger sei ein erzrealistischer Machiavelli oder Bismarckist. Und ich dachte das wohl auch, als ich mich bereit erklärte, das Buch zu schreiben. Sagen Sie uns noch, wie es dazu kam. Er hat Sie angefragt, Henry Kissinger. Ja, es war seine Idee. Ich glaube übrigens nicht, dass er mich als Ersten anfragte, aber ich war der, welcher zusagte. Ich zögerte, teilweise aus den Gründen, die Sie angesprochen haben. Er ist eine überaus widersprüchliche Persönlichkeit. Und ich rechnete mit feindseligen Kommentaren von Seiten gewisser Kritiker, nur schon über die Tatsache, dass überhaupt über Henry Kissinger eine Biografie geschrieben wird. Andererseits schien mir, nachdem ich Einsicht in seine privaten Aufzeichnungen die wichtigste Quelle zu diesem Buch genommen hatte, dass dies eine Geschichte von enormer Bedeutung war. Wie war die erste persönliche Begegnung? Wir sind uns zufällig bei einem gesellschaftlichen Anlass in London begegnet, vor über einem Dutzend Jahren. Wir sprachen über ein Buch, das ich über den Ersten Weltkrieg geschrieben habe. Man muss bedenken, dass Kissinger seine Laufbahn als Historiker begann und zum Teil auch als Geschichtsphilosoph. Er hatte Ihr Buch gelesen? Ja, und wir sprachen darüber. Das war der Anfang unserer Beziehung. Man muss zugeben, ob man ihn liebt oder hasst, dass er eine bedeutende Persönlichkeit ist. Während seinen 93 Lebensjahren sind erstaunliche Entwicklungen geschehen, um nur die amerikanische Öffnung gegenüber China zu nennen. Das war wohl das hervorstechendste Ereignis während des Kalten Krieges mit so dramatischen wirtschaftlichen Folgen, dass man sich kaum mehr vorstellen kann, wie China noch 1971 ausgesehen hat. Das war sein Werk? Ja, denn er reiste 1971 in geheimer Mission nach China und die Gespräche resultierten darin, dass Nixon 1972 nach China reiste. Das ist ein historisch äusserst wichtiges Ereignis. Und es schien mir wichtig, mehr über den Mann in Erfahrung zu bringen, der diesen großen strategischen Durchbruch bewerkstelligte. Das ist schon für sich allein gesehen eine großartige Geschichte. Er war ein Flüchtling. Wir haben ja unser Gespräch über Flüchtlinge begonnen. Henry Kissinger kam 1939 als Flüchtling aus Deutschland in die USA. Er war Soldat, er war Agent in der Spionageabwehr, Nazi-Jäger, Historiker, Philosoph, ein Intellektueller. Die erste Hälfte seines Lebens, von der dieses Buch handelt, ist eine bemerkenswerte und weitgehend unbekannte Geschichte, die uns unter anderem sehr viel über die Zeit des Kalten Krieges erzählt. Ist das selten, dass einer, wie Sie schreiben, ein Genie in der historischen Analyse ist und in der praktischen Politik? Ich meine, Richard Nixons Mann fürs Grobe in der Aussenpolitik zu sein, das ist eine heisse Küche. Also er war ein politisches Naturtalent und ein guter Denker? Er war zuerst ein Akademiker und hat sich erst nach und nach politisch profiliert. War er Harvard oder wo? Er studierte in Harvard. Er kam zurück aus dem besetzten Deutschland, nachdem er dort seine Dienstpflicht beendet hatte und ging zur Universität wie viele andere GIs. Von Harvard aus, wo er mit Glanz abschloss, begann er seine akademische Karriere mit einem Lehrauftrag im Government Department. Das Besondere an seiner Karriere war, dass er eine bemerkenswerte Figur des öffentlichen Lebens wurde. Als Intellektueller, dessen Bücher auch außerhalb der akademischen Kreise gelesen wurden, der im Fernsehen auftrat und der für die Zeitschrift Foreign Affairs und für Zeitungen schrieb. Er wurde ein einflussreicher Vordenker der amerikanischen Außenpolitik. So erstaunt es nicht, dass ihn Nixon 1968 zu seinem Sicherheitsberater berief. Erstaunlich hingegen war, dass Kissinger über die ganze Zeit, von der dieses Buch handelt, Nixon feindlich gesinnt war. Er war ja Berater von Nelson Rockefeller gewesen, Nixons Erzfeind innerhalb der republikanischen Partei. Als Personen gingen Sie gut zusammen oder war... Vor 67 hatten Sie sozusagen keinen Kontakt. Und als Sie dann zusammenarbeiten, mochten Sie einander? Das ist dann ein Thema für den zweiten Band und ich bin erst etwa bei zwei Dritteln meiner Recherchen. Darum möchte ich lieber nicht auf diese Frage antworten. Ich bin noch nicht ganz sicher. Dieser Harvard-Professor Henry Kissinger wurde einer der grossen weltpolitischen Mechaniker zum Schluss. Ist das was Verlockendes für einen Harvard-Professor von heute? Würden Sie gerne nicht nur beraten, sondern im Vorzimmer von Obama oder in seinem Außenministerium sitzen und sagen, das machen wir jetzt mal so? Nun, ich wäre im Bereich der Politik bestimmt viel weniger begabt als Henry Kissinger war. Und ich habe auch keinerlei Ambitionen diesbezüglich. Ich habe eben meinen früheren Harvard-Kollegen Ash Carter, zurzeit Verteidigungsminister, über das Sprechen gehört, was ihn am meisten beunruhigt. Die Verantwortung, die er als Verteidigungsminister trägt, ist eher abschreckend. Und unterm Strich ist es mir lieber, Bücher zu schreiben und dem Bereich der Macht anderen zu überlassen. Wir haben gesagt, Sie sind hierher gekommen als ein berühmter Historiker, aber einer, der eben über aktuelle Themen, Analysen abgibt und Ratschläge gibt. Ihr Idol, Henry Kissinger, ich glaube, das letzte grosse Buch, was er geschrieben hat, ist World Order, die neue Weltordnung. Uns bleibt eine Minute in einer Minute. Was ist die neue Weltordnung, die diese Welt anstreben sollte? Ich möchte betonen, er ist nicht mein Idol. Man sollte das Subjekt einer Biografie nicht zum Idol machen. Nehmen wir das zurück. Man sollte das Subjekt einer Biografie verstehen. Eine Weltordnung gibt es nicht. Wir leben in einer Welt in Unordnung. Es gab eine Weltordnung im Gefolge des Zweiten Weltkriegs, die während des Kalten Krieges vorherrschte. Diese Weltordnung, in welcher die USA dominierten, befindet sich im Zustand der Auflösung. Teilweise wegen ökonomischer Verschiebungen auf der Welt, teilweise wegen demografischer Verschiebungen, teils auch wegen der zunehmenden Absonderlichkeiten der amerikanischen Innenpolitik. Umsonst hält man Ausschau nach einer Ordnung. Kissinger findet, es gebe mindestens vier Vorstellungen von einer Weltordnung. Eine amerikanische, eine europäische, eine chinesische und eine islamische. Und wenn man jetzt nur noch 30 Sekunden Zeit hat, was ist das Wichtigste? Was muss man tun? Der eindeutig beste Ausgang aus meiner Sicht ist, wenn die westliche Zivilisation überlebt und vorherrscht. Ich will nicht in einer chinesisch oder islamisch beherrschten Welt leben, denn wir würden unsere Freiheit verlieren. Die Freiheiten, welche den Kern der westlichen Kultur ausmachen, sind es wert, geschützt zu werden. Wir im Westen müssen alles tun, um unsere Zivilisation zu schützen und sie vor Rückfällen zu bewahren. Ökonomisch, technisch, kulturell und strategisch. Das kann man tun, wenn man agiert, richtig agiert jetzt. Ganz bestimmt. Neil Ferguson, herzlichen Dank für das Gespräch. Thank you, Stefan. Danke. Ja, von der Geschichte der Menschheit haben wir geredet. In der Sternstunde Kunst geht es jetzt gleich wieder um die Geschichte eines einzelnen Menschen. Peter Lierchti, einer der der ungewöhnlichsten und wichtigsten Filmemacher der Schweiz, verstarb im Frühling 2014. Dedications heisst sein letztes, unvollendet gebliebenes Werk. Vorher aber noch ein Gedankenexperiment aus unserer kleinen Serie. Heute zur Frage, was schulden wir Menschen in Not? Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.